Partys und Corona. Dieser zwangsläufige Gegensatz wird offenbar derzeit in St. Anton am Arlberg in Tirol von jungen Feierfreudigen aus Großbritannien und Skandinavien nicht beherzigt. Dutzende sogenannte Ski-Bums, junge Briten, Schweden und Dänen mit den Vorlieben Snowboarden, Skifahren und Partys quartierten sich in dem bekannten Tiroler Wintersportort ein. Denn offenbar kursieren Tipps im Internet, wie man Verbote umgeht und unbehelligt nach St. Anton kommt, nämlich mit dem Zug aus Zürich, sagt der St. Antoner Bürgermeister Helmut Mahl. Es gebe Fotos, wo 30 bis 40 Partygäste zu sehen sind, so Mahl, der sich auch über schwarze Schafe unter den Vermietern empört zeigt. Bürgermeister Mahl reagiert mit einem Infoblatt der Gemeinde per Postwurf. Solche Fakten und Tatsachen könne man nicht dulden. Dem Dorf könne großer Schaden dadurch entstehen, sagt er. Die Polizei sei bereits mit rigorosen Kontrollen, etwa nach dem Melde- und Aufenthaltsgesetz, beauftragt. Tirols Landeshauptmann Günther Platter verlangte, dass der Aufenthalt aus beruflichen Gründen nachweislich glaubhaft gemacht werden müsse. Unter Berufs- bzw. Ausbildungsgründe fallen jedenfalls 80 Soldaten des 1. Infanteriebataillons der Grenadiere aus Leopoldsburg, eine Art belgische Eliteeinheit. Sie werden vom 1. bis 12. Februar nach Axams in Tirol reisen. Eine notwendige Reise, betonte das belgische Militär, denn nicht notwendige Reisen verbietet die belgische Regierung ab Mittwoch. Insgesamt zwei Wochen müssen die Soldaten in Quarantäne für dieses Winter-Trainingscamp. Zuerst in einem Tiroler Hotel, dann in einer Kaserne in Belgien. Plus Corona-Tests und ohne Kontakt zu Einheimischen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017